Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Payday 2. Ja, die Demo. Und ja, wir zocken mal wieder online. Und ja, hier haben wir schon mal mehr Bank-Angebote. Wir nehmen mal wieviel. Ne, das wird glaube ich ein bisschen zu Hardcore. Machen wir mal den Zap. Nein. Warte, warte bitte nicht. Bitte, seid noch vorsichtig. Bitte, 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 bitte. Ja, ich habe diesmal noch was freigeschalten. Ich habe jetzt C4 und bin noch ein paar Level aufgestiegen. Habe jetzt auch Dings freigeschalten. Munition. Und ja. Und Medikit weiß ich noch nicht. Shit, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich ausgerüstet habe. C4. Okay. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. So, jetzt bin ich bereit. Zack. So, ich hoffe, das kriegen die jetzt nicht mit. Verdammt. Ah, gut. Ja, ich dachte schon. Wir müssen normal durch. Habe ich das Gefühl. Nicht euer Ernst, oder? Oh Gott. Ich snick mir jetzt erstmal die Drill. Okay, great. I've got that thing to the vault door. Down. Down on your faces. Die Länge und die Fäden Geht, 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 geht Ja Die Länge und die Fäden Oh Gott Welches? Ich gucke ich dir. Ist das nicht so gut? Hatshot Oho Die snacke ich mir jetzt heller von oben. Ja. Wie geht es los? Ich kann es los mit dem Samager. Ich würde es nicht verraten. Gott. Ey, diese Fransen hier machen mich so krill. Da denke ich immer, da ist so richtig. Oh Gott. Läuft. Ich bin ihn hinterher geschossen. Jetzt habe ich mir eine Emmer geklaut. Kiss auf. Läuft. 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 Boah, ich muss mich erst mal verarzen. What? Die Leute. Kann man's drauf machen? Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh, gotcha. Ammo, ammo, ammo. Entschuldigung. Entschuldigung! We're blind from our enemy. A perfectly gun! Not as far as we can! Okay. Da standen die auf einmal, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Nein. Oh Gott, schaffst du mich? Okay. Toll. Ich versuch mal jetzt so ein Game alleine ein bisschen machen. Oh Gott. Mein Hintern tut weh vom ganzen Sitzen. Das ist nicht mehr feierlich. Der Laptop ist auch heiß, weil ich sitz gerade auf meinem Bett und hab mich schön gemummelt, weil morgen geht's... Ne, übermorgen geht's ab in den Winterurlaub. Und ähm, jetzt machen wir das ganze sneaky. Zumindest versuch ich das. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein, dann hoff ich mal da drüben. Jinks und Hux. Ich bin bei uns. Komm, na. Achso, Maske, ja. Ich würde den Thermalbohrer bringen wir nach oben. Oh Gott, pager, pager. Das ist ein Doppel. Das ist ein Doppel. Wir werden den Alarm nicht aufhören. Wenn Sie nicht aufhören, pager. Alles gut, außer die Parts nicht. Oh Gott. Ja, okay. Ich werde mit dir. Okay, das ist gut. 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 Danke. War hier nicht immer eigentlich sowas wie... Was ist das, was ist das, was ist das... Was ist das, was ist das, was ist das... What the fuck? Verdammt, jetzt müsste ich auch noch sparsam mit meiner Muni umgehen. Nein, es ist ein Mann, Gott. Get down on the ground. You need to prepare. Come, 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 come. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alter. Das war's für heute. Ja, laden nach. Ich weiß nicht, wenn ich einen sacken muss. Nachladen. Eine Minute 10. Okay. Okay. Was? Oh nein, nicht. Bleibt weg, Hubschrauber. Mag euch nicht. Oh Gott. Warte, woher ich bin soweit. Oh Gott, ich weiß, was ich gerade aus. Oh Gott! Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh Gott. 2 Sekunden Boah Oh nein, das sieht besser aus 4, 1, 2, 1 1, 2, 1, 3, 2, 1 1, 2, 1, 1, 1 1, 2, 1, 2, 1 Das war gut, der Banner startet. Zum Glück nicht so weit. Nein! YOLO! Ich finde, er könnte mir helfen. Ihr Brotts! Ja, 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 ja. Ich bin vollgeheben. Oh du Gott. Ja, heute bin ich mit dem Rücken frei. Ja, 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 ja. Komm, der Schastung, der Schastung, der Schastung. Ich bin vollgeheben. Die Schastung, die Sache haben einen Schastung. Die Schastung! Komm, 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 komm. Das ist gut. Oh, ich lege. Ich muss das lassen. Ja. Los, schmeiß rein. Alter. Aufgrund zu legen. Ja. 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 Ja, nein. Das ist gut. Schaff ich nicht. Schaff ich nicht. Schaff ich nicht. Oh Gott. Schaff ich nicht. Lass das nicht. Schaff ich nicht. Scheiß ich. Schaff ich nicht. Man muss nicht mehr. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Das ist schon etwas mehr, eben Oh Gott Ja Ja Ja, den macht er gut aus Die Leute sind ja nicht so süß, da raufbauen Der Da Widersch Treu Die Tems Oh Gott, das wird richtig ankommen. Oh Gott, das ist nicht gut. Komm, das ist ein Schuss. Oh Gott, wie viele Taschen habe ich denn da jetzt? Eine mache ich. Oh Gott, das ist ein Schuss. Oh Gott, das ist ein Schuss. Oh Gott, das ist ein Schuss. Oh Gott, das ist ein Schuss, Alter. Kriegst du den? Okay. Kriegst du? Ja. Nee, sorry Leute. Jetzt ist... Oh nee, Alter. Okay. Oh Gott. Nicht gut. Hm, nicht gut. dot 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 dott so Dass ich zusammenarbeite So, jetzt überspringen wir mal einfach. Ich habe ihn mit meinem Kopf. 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 Okay, Leute, die Vann ist gekommen, um dich zu kommen. Musik Mh, ja nochmal 3 Kaschen ... Ich trage er jetzt erstmal zur Mitte, damit äh,edd... Hammer geil, damit wir so einen kleinen Zwischenstand haben, das hat so einen anderen Modus gegeben. Okay, jetzt werden die Abstände einfach kürzer. Und ja, dann commanden von dort aus natürlich auch gleich zu den Autos. Oder von einer Minute nochmal. Soll der Möge. Soll er mir, warum haben wir vielleicht gerade die Schaden? Soll der Möge, wir haben die Helikopter. Soll der Möge, wir werden hier in 30 Sekunden. Soll er das? Was halten die aus? What the fuck? Ich hab die an den Züngen gerade gefressen. Oh Gott. Hat sich auch jetzt echt verloren. Nein, Alter. Oder? Ja, Alter. Komm, Junge. Sorry. Lol. Hä? Lol. Was sei denn Müll? Äh. Okay. Das find ich jetzt grade ein bisschen ätzend. Immer bitte. Dein XP verdammt. XP. Mann. Oh, Geld. Jawohl. So, Leute. Und dann glaube ich beende ich mal hier die Folge. Bis dahin. Tschüss. W segual. W du w du w, see?